Hey, mein Name ist Johnny S und ich bin super super happy, weil ihr habt es nämlich geschafft, 250 Fans zu dieser Kampagne einzuladen. Vielen lieben Dank dafür, danke an jeden, der das geteilt hat. Meine Facebook-Timeline war voll mit euren Posts, ich bin euch super super dankbar. Und als kleines Schmankerl, für die, die in der Region Braunschweig wohnen und Bock haben, vorbeizukommen, am 13.02. starten wir die Finanzierungsphase zusammen mit euch in Dean's Nightbar. Die Informationen findet ihr im Post und ich lade euch herzlich dazu ein, vorbeizukommen. Spread Music wird dabei sein, wir werden ein bisschen was über Künstlerförderung erzählen. Ich werde ein paar von meinen neuen Songs für euch live performen und wir wollen zusammen mit euch dieses ganze Ding gebührend feiern. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, dort auch an dem Abend eure Partaler schon zu überweisen, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen, möglichst viele von euch dort zu sehen und danke dafür, dass ihr dieses ganze Ding pusht und teilt und mit euren Freunden darüber redet. Super coole Scheiße. Peace. Big Makers Big Makers Big Weck Untertitelung des ZDF, 2020